Hallo und herzlich willkommen zurück zu Naruto Shippuden Ultimate Manage Storm Revolution Ja, heute nehmen wir Ups, Sasuke, ganz genau Und dazu nehmen wir einfach, wir nehmen einfach das ganze, ganz normale Orochimaru Team, würde ich mal sagen Ja, nehmen wir mal das, äh, und ultimatives Jutsu-Typ, das müsste reichen eigentlich Ähm, und dazu noch das Orochimaru-Versteck Zerstört natürlich, weil ich mag das Versteck von Orochimaru allgemein nicht so wirklich Ähm, wo es einfach zugebaut ist, weil dieses, dieses Orangene mit den Fackeln da drinnen, ich weiß nicht, also Gefällt mir nicht wirklich, aber das Zerstörte, das sieht schon wirklich cool aus, diese Ruine da so im Hintergrund und alles mögliche Das ist schon einer meiner Lieblingsmaps hier, die hier, aber der Rest nicht so wirklich So, zeig mir, was du drauf hast Gut, äh, okay Zack Also die meisten müssen ja wissen jetzt mittlerweile, dass das hier mein Mainführer war Äh, vom Generations war das echt mein Main Ich hab den so gefeilt, diesen Sasuke hier Der war so krass in Generations noch Scheiße, also ich kann's nicht mehr wirklich Zack, erwischt Lol, was war das denn für ein Fail Mann, ey, solche Fails hasse ich, wenn die bei mir passieren Immer nur bei mir eigentlich Unglaublich, ey Ich verstehe jetzt echt nicht, warum das jetzt nicht funktioniert hat Das war da jetzt mal bitte Oh, egal So, der ist auf jeden Fall ziemlich aggressiv So, der ran Ah, erwischt Und tschüss So Und weiter geht's Keine Pause für den guten Herren hier Und tschüss Erwischt Weiter geht's Lol, guck mal, wie viel Schaden der kriegt Und zack 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 Oh, das war so cool Erwischen Ja, perfekt Ja Das war eine richtig geile Runde, Leute Für mich auf jeden Fall Für ihn wahrscheinlich jetzt nicht so Aber das war echt eine geile Runde Perfekt, ey Aber ihr seht's einfach Ich hab den so gern früher gespielt Das ist einfach Einfach ein super Charakter Ja, ja, der Sasuke Einfach nur richtig geil Ja, mach mal weiter Aber das wird auf jeden Fall Ein ziemlich schneller Online-Part, glaube ich Hier Oh Mann, ey Der tut mir echt leid, der Gute So, mach mal Ich glaube, ich nehme nochmal Sasuke Aber einen anderen Wir könnten ja mal Ähm Moment mal Wir nehmen mal den hier, glaube ich Das ist ja, das ist der Den hier Und dazu nehmen wir dann noch Tobi Dann passt das Und dann gehen wir auf die Brücke Und dann passt das Das wird heute mal so ein Sasuke-Tag Der Tag der Saskes Mhm Super Ein Tag mit Sasuke So heißt der Tag Ein Tag mit Sasuke Oh Mann, ey Ein Spaziergang Nee Ein Ein Meet & Greet mit Sasuke Ein Meet & Greet mit Sasuke Ich glaube, ich nenne das so den Part, ey Das wäre doch mal was Ich muss mir das echt nachher noch aufschreiben, ey Das ist super Ein Meet & Greet mit Sasuke Ach gut Komm, Star Wie heißt du? Star Doe Breaker Star Doe Breaker Star Doe Breaker Okay Ich sollte aufhören Ich fasse hier wie so eine Boyband an irgendwie Alter, ist der schnell Oh Gott Warum nimmst du den Sasuke? Warum? Das ist nicht schön Okay Er weiß auf jeden Fall Die Ultis ist schon mal schön So und jetzt Das war fail Das war richtig fail Nee, komm Ich muss normal spielen Also Er spielt ja Ziemlich aggressiv Also er geht immer in Nahkampf Egal wie viel Tauschbalken Wie viel Energie Egal in Nahkampf Das solltest du vielleicht ändern Achte auf deine Tauschbalken Und dann passt es eigentlich Das ist mein Sieg schon wieder Ah Einfach Tauschbalken einsetzen Und dann Urte einsetzen Und dann hab ich dich schon Am Terasu Susanne Wow Ja Das tat bestimmt Aua Mehr als Aua So, jetzt mein Freund Was machst du jetzt? Ich muss ihn mal packen Ich muss ihn mal packen Und packen Und zerdrücken Zack In ganzen Gedärme Alles innen Zerquetscht Naja Freunde Das war's auf jeden Fall Von dem Bad Ich hoffe es hat euch gefallen Schreibt's in die Kommentare Und dann sind wir uns auf jeden Fall Im nächsten Part wieder Lasst noch vielleicht ein Like Und ein Abo da Das würde mich echt freuen Bis zum nächsten Mal Haut rein Tödelö